hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen genshin impact video heute mit der versteckten errungenschaft befreie den hund befreie torah taro je nachdem ob wir schon in der summer sehr viel erkundet habt oder auch nicht kennt ihr die insel von jenren ganz im norden von inazuma ist eine kleine insel jedoch einen eigenen teleportations punkt glücklicherweise und auf dieser insel könnt ihr insgesamt vier metallschlüsse finden ich zeige jetzt nur die position von einem die sind nicht wirklich schwierig zu finden wenn ihr einfach die ganze insel einmal abläuft und durch guckt die liegen meistens auf irgendeiner kiste oder so und die glitzern auch ein kleines bisschen dass wenn er einfach einmal die insel abläuft dann findet ihr sie in der regel eigentlich und ihr braucht einen dieser schlüssel also einer liegt zum beispiel auf der kiste hier direkt unterhalb des teleportations punktes und ihr braucht eben einen dieser schlüssel zum beispiel auch um eben den hund aus dem käfig zu befreien und das ist eigentlich relativ easy und zwar müsst ihr einfach nur zum nördlichen part der insel gehen also genau auf der anderen seite quasi von dem wo wir jetzt gestartet sind und ich bin mir nicht mehr sicher ob man den samurai der sich vor dem käfig befindet besiegen muss oder nicht ihr seht ihn schon da steht da und ja wenn man nicht mehr sich hat man den besiegen muss oder nicht ich glaube ehrlich gesagt nicht ich glaube in den schlüssel habt könnt ihr einfach zu dem käfig laufen und ihn auf machen ihr seht ich habe ihn natürlich schon aufgemacht logischerweise ich hatte die erhungenschaft ja schon und genau da müsst ihr einfach hingehen könnt den metallschlüssel einsetzen und fertig ich sag danke euch fürs zuschauen hoffe ich konnte ich damit weiterhelfen und ich hoffe wir sind auch im nächsten genshin im weg video wieder wenn es wieder heißt neue errungenschaften freischalten für weitere errungenschaften und viele tipps und tricks und guides zu sehr vielen weiteren errungenschaften schaut auf die playlist in der video beschreibung bis zum nächsten mal haut rein ciao ciao